Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. Ja, wir machen weiter wo wir aufgehört haben. Eine weitere Stunde grandioser Aufnahme, was auch sonst. So, und ich kann mich erinnern, wir wollten hier noch Quarz einschmelzen und müssen auch wieder zur Abigail natürlich. Ach du Scheiße. Entenei, haha. Ja, keine Ahnung wie gut das ist, was das Besonderes kann, aber schaden kann es auf keinen Fall. Äh, Asen. Ja, ich weiß nicht. Kann ich die jetzt scheren oder so? Nein. Aha, die ist aber klein für fünf Monate, wa? Scheiße. Was ist das jetzt? Entenei. Okay, das machen wir jetzt erstmal nicht. Enten ausbrüten, aber da brüten wir natürlich wieder. Ähm, danke. So. Und wir haben ja auch eine Steinschleuder erhalten in der letzten Folge, weil wir ja in der Mine waren. Das ist ja auch schon mal gut. So. Pilze. Schön. Da können wir auch irgendwann mal das Lebenselixier machen, ne? Gerade wenn wir dann runter in die Mine gehen, denke ich mal, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir das dabei haben. Wobei natürlich auch ganz normales Zeug reichen müsste. Ah ja, die haben wir auch gemacht. Ah, da freue ich mich. Das ist super. So, zack. Ähm. Ja, Kuchen haben wir dabei. Kann ich der was schenken? Nein. Aber wir könnten ja theoretisch wieder den Blumenstrauß kaufen, ne? Und hier müssen wir auch noch ein bisschen weitermachen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Uns erwartet echt viel Arbeit, Freunde. Richtig viel Arbeit haben wir noch vor uns. Wenn wir hier in Stardew Valley unsere erfolgreiche Farm aufbauen wollen. Die ja schon erfolgreich ist. So ist es ja gar nicht, ne? Aber da geht noch was. Da geht definitiv noch was. Und, ja, wir bleiben am Ball. Und wie versprochen, ich habe auch nicht mal weitergespielt. Ich nehme euch ja jetzt wieder mit. Und übrigens, diese Folge müsste nach Adam Riese endlich in HD sein. In 1080p, denke ich mal. Probiert das mal einzustellen. Wenn wieder was nicht passt, bitte in die Kommentare schreiben. Ich kümmere mich drum so schnell ich kann. Aber das müsste jetzt passen. Das Bildschirmauflösung stimmt. Und, dass es HD ist. Da hat mich ja ein Zuschauer drum gebeten, darauf zu achten. Und natürlich machen wir das auch. Kein Problem. So, okay. Dann gucken wir mal zur Abigail. Vielleicht kriegen wir das jetzt schon voll. Und können sie dann im Frühling heiraten. Wir müssen dann halt nur warten, eben bis Frühling ist und es regnet. Dann können wir zum Olden Marina. Wer will was? 8 Jahre schaffen wir nicht. Zumindest nicht heute. Kein Geburtstag. Und bald hat der Harvey Geburtstag. So. Gib mir mal. Gib mir mal. Danke. Okay. So. Schnuffi. Schnuffi. Wo ist mein Schnuffi? Was? Ist sie gar nicht zu Hause? Ja, doch. Natürlich. So. Bitteschön. Das nehme ich dann mal an. Danke. Okay. Cool. So. Du kriegst eine Torte ins Gesicht, würde ich behaupten. Bitteschön. Ja. Kein Ding. Das Verhältnis zur Schwiegermutter muss natürlich gewahrt bleiben. So. Pass mal auf. Ähm. Mam, 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 mam. Nee. Ich dachte, wir müssen hier noch, ähm, Refined Quartz irgendwo hinbringen. Aber offenbar nicht. Das ist schön. Das ist schön. Okay. Ja, was machen wir denn jetzt? Mensch. Das fängt ja schon super an. Ähm. Vögelchen. Süß. Ja, was machen wir, Freunde? Wir könnten mal zu Robin gucken. Ach, warte. Wir waren ja noch gar nicht. Ach, Gott. Wir waren noch nicht mal bei den Kühen. Mann. Ja, heute ist offenbar wirklich mein Tag. Großartig. So, sollen wir zu dem Hallo sagen? Komm, zu dem sagen wir mal Hallo. Wenn wir eh auf dem Weg sind. Es ist ein wunderschöner Tag. Ja, stimmt's? Ähm. Pfff. Ja. Ja, es schneit halt, ne? Jodie. Ähm. Okay, es wäre schön, wenn ich auch mal Urlaub machen könnte. Ja, ja, ja. Mit ein paar Kindern ist es natürlich nicht ganz so leicht, ne? So, er versucht immer noch seinen Kickflip zu machen. Jo. Oh. Wird er wohl nie hinkriegen. Wird er wohl nie hinkriegen. Oder mal gucken. Vielleicht ja schon. So, bei Lea unten kommen wir nicht rein. Aber hier. Pass mal auf. Äh. Jita haben wir ja. Schere haben wir auch. Milk Pail haben wir auch. Äh. Tiere. Ja. Gut. Haben wir. Das sind Ziegen. Ja, genau. Big Barn. Deluxe Barn. Keine Ahnung, was das ist. Und das könnten Schweine sein. Okay. Ups. Ja, gucken wir mal. Kriegen wir alles noch voll, ne? Kriegen wir alles hin, Freunde. So. Und jetzt mal zu den Kühen. Mensch, wie kann ich denn sowas vergessen? Sonst bin ich doch nicht so nachlässig. Ach. Naja. So. Ja, das wird auf jeden Fall eine riesige Farm. Das wird eine riesige Farm, Freunde. Sobald hier mal. Nö. Die Mayo lasse ich da liegen. Na. Ach, komm. Ich hole die Mayo noch schnell. Ja, ja, ja. Gib mir Milch. Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? Meine Herren. Schwupps. Halt. Schwupps. Ja, war ich wieder. Auf dem falschen Knöpfchen. Schön. Ja, wunderbar. Die geben einem schönen Milch. Das ist prima. Na, endlich. Na, endlich klappt das jetzt auch mal mit der Milch. Aber ist ja kein Wunder, ne? Wenn man die ein bisschen streichelt. Und, äh. Ja. Ihnen jeden Tag Essen gibt. Dann, boah. Dann ist das alles kein Problem mehr. Lass mich da mal hin. Danke. Okay. So. Pass auf. Ähm. Ja, hier süßen. Mayonnaise. Und pass mal auf. Ich kann die nicht da rüberlegen. Ja, was das hier ist, weiß ich immer noch nicht, ne? Void Egg. Tja. Wir werden es irgendwann herausfinden. Vielleicht will das irgendwann mal jemand. Wann ist denn das Ding so klein? Geh mir nicht in den Kopf. Wie sieht's denn hier aus? Jetzt pass mal auf. Hier. 107 von 240, ja? Werde ich kaufen müssen. Oder die Tierchen müssen hungern. Was ich aber natürlich ganz gerne verhindern möchte. Ähm. Wo ich mir aber auch nicht sicher bin, ob ich das verhindern kann. Na? Weil ein so ein Heuballen kaufen kostet halt geschlagene 50. Und das ist schon arg viel, ne? Das ist schon arg viel, glaube ich. Was wollte ich denn jetzt? Was wollte ich denn jetzt, Freunde? Ach ja. Hier. Pass mal auf. Wir machen noch ein bisschen den Weg weiter. Ich bin so doof. So. Ähm. Ja. Ja, komm, machen wir mal 50. Das muss reichen. Fürs Erste. 50. Okay. So. Und Mauer kostet 2. Ja. Scheiße. Naja. Wir gehen ja eh wieder in die Höhle, ne? Wahrscheinlich jetzt auch in der nächsten Folge. Also in dieser Aufnahme noch. Kann ich mir gut vorstellen, dass wir wieder in die Höhle gehen. Äh. Von daher. Naja. Dann haben wir das ja gleich wieder beieinander. Und wir brauchen jetzt eh nicht unbedingt sofort wieder immer Steine. Denn, ähm. Ja. Super. Ähm. Ja, wir brauchen ja auch noch Hartholz, ne? Das brauchen wir ja sowieso noch. Wieso ist jetzt hier wieder? Äh. 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 Scheiße. Oh Mann. So. Okay. Jetzt passt das. Ja. Dann können wir das hier nämlich ordentlich einzäunen. Äh. Ich hoffe, das ist auch, äh, wetterbeständig. Also, dass wir das nicht dann nächstes Jahr dann direkt wieder neu machen müssen. Also, in. Oh. Hier im. Im Frühling, ne? Wäre diese normalen Zäune, die sind ja ab und an mal ganz schnell kaputt gewesen. Da bin ich wirklich sehr gespannt, ob das hebt. So. Dann machen wir hier den Durchbruch. Ja, wird das hier mal so ein bisschen Farbenverschönerungsfolge, wa? Das ist ja auch mal ganz nett, glaube ich. Habt ihr jetzt. Bestimmt auch nicht unbedingt so viel dagegen. So. Und dann unterteilen wir das hier wieder. Und hier unten brauchen wir natürlich eine Vogelscheuche noch. Nimm doch dein Gesicht. Haha. Haha. So. Okay. Ähm. Tja. Ich weiß nicht, wie viel die Rare Crow hier abdeckt. So. Pass auf. Machen wir so. Zack, 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 zack. Äh. Ja. Ja, ich denke mal. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ach, scheiß. Die wandern, ey. Es fehlt eine. Okay. Macht nix. Wir haben ja noch Reserve. Und die tauschen wir natürlich irgendwann mal durch die Rare Crows aus. Na. Das ist klar. Ja. Das ist einfach cooler. Viel, viel cooler. Ja, und auch ich weiß, dass das hier, ähm, vom, vom, ne? Es geht ja auch in die Richtung. Das ist natürlich irgendwo dämlich. Aber ja. Schön. Theoretisch müsste hier noch eine Wand, ne? Oder rein ganz theoretisch müsste da überhaupt... Alter. Das geht ja kaputt. Oh, scheiße. Okay, das wusste ich nicht. Na toll. Ein bisschen besser nachdenken, wenn man sowas macht, ne? So. Und dann kann das hier nämlich auch wieder weg. Na, im Frühjahr werden wir definitiv relativ bald die Abby heiraten. Und dann kommen sowieso diese Teile hier dann weg. Na. Na, dann ist unser Fräulein einfach dann hier auch mitverantwortlich für das Begießen der Pflänzchen. So. Ja, ich denke, ich denke, so kann man es ungefähr lassen. Ähm. Hier werden wir wahrscheinlich noch einen Ausgang brauchen. Ja. Den machen wir hier hin. Hä? Da muss ich nicht verstehen, wa? Was hier los ist. Schön. Okay. Freunde. Ja, das sieht doch ganz nett aus, oder? Ja, gut. Hier könnte man natürlich noch, ne? Das nimmt natürlich wieder Platz weg. Komm, das lassen wir mal. Das ist doof. Das nimmt hier Platz weg. Den wir... Äh. Toll. Den wir dann lieber in Gemüse investieren. Ja, mal gucken. Mal gucken. Aber so das Grundkonzept finde ich mal ganz okay. Okay. So probieren wir das. Was ist morgens Samstag? Okay. Ja, hier fehlt noch eins. Na gut. Schauen wir mal. Ja. Ich möchte schlafen, bitte. Danke. Guck. Okay. Gucken wir mal in den Fernerseer. Gut. Das interessiert mich dann nicht. Post. Post. Wir haben Post. Immer Post. Okay. Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Äh. Fangen wir einen Link-Card. Äh. Ich hoffe, dass es nicht zeitlich bedingt. Weil sonst wisst ihr ja, ne? Ich bin nicht so der Sofortmacher. Na toll. Ein neues Baby-Chicken. Nani-Zor. Du bist eh gleich verkauft. Ist mir egal. Wisst du das? Yes. Goodbye. Have fun. See you around. Schwupps. 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 Hallo. Hallo. Nicht den Hasen mit der Spitzhacke verprügeln. Ah. Ist auch schon halbe. Ach. Die muss man. Ach. So läuft das. Oh. Ich habe es mit den Hasen. Ja geil. Die lassen einfach so Wolle da. Ah. Das ist ja perfekt dann. Super. Äh. Enten-Ei haben wir jetzt aber nicht bekommen. Schade. Aber gut. Gut. Das ist nicht so tragisch, ne? So. Alles klar. Zu den Mumus. Zu den Mumus. Nein. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Oh scheiße. Sorry. Äh. Zu den Kühen. Ja. Nennen wir sie einfach beim Namen. Es sind Kühe. Keine Mumus. Nein. Okay. Geben alle. Sehr schön. Dann können wir wieder eine Milch auf die Seite legen. Immer gut neben der Heizung übrigens. Ist auch sehr realistisch. Dann bleibt die auch schön heile. Okay. Ich würde nur gerne das hier noch zurückbringen. Pilze sind eh nicht da. Nein. Ähm. Und pass mal auf. Ich nehme mal ein paar Eier mit. Ich brauche wieder Schokokuchen. Was kann ich denn mit der Wolle machen? Das weiß ich auch noch nicht, ne? Keine Ahnung. So. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Schokokuchen ich brauche. Äh. Wie viele Dings, ne? Ich habe. Jo. Passt. Super. Ging genau auf. Ähm. Ja. Dann. In Richtung Stadt. Würde ich fast sagen. Oder? Ja. Ja, ja. Und wenn wir zurückkommen von der Abby. Mit der müssen wir natürlich quatschen. Ja, ja. Ist das jetzt zeitlich? Nein. Super. Ähm. Und wenn wir zurückkommen, müssen wir noch ein bisschen Holz kloppen. Tut mir sorry. Ist aber so. Das ist leider so. So, Abigail. Meine Maus. Ich möchte meinen Dad ein bisschen pranken. Ich brauche eine Purge. Aber halte es geheim. Abigail. Was ist denn eine Purge? Das ist ja ein Fisch, oder? Scheiße. Was ist denn eine Purge? Ich habe in letzter Zeit viel Tag geträumt. Okay. Wisst ihr was? Pass mal auf. Das machen wir jetzt. Ähm. Weil. Ich gebe das mal ein, was die Purge ist, ja? Im, äh. Stardew Valley Wiki. Ja, das ist ein Fisch. Frischwasser. Fisch im Winter. Und das macht sie nämlich happy. Das bedeutet. Freshwater. Ist, ist Trinkwasser, ne? Okay. Ähm. Wir haben keine Angeln dabei. Ah, nein. Okay. Dann wieder nach Hause. Äh. Ja, das wäre natürlich gut, wenn wir jetzt bald die 10 Herzen hier voll haben. Übrigens für alle, alle Nerds unter euch. Ich habe ein kleines Re... Ein kleines Review geschrieben über Daisy auf michikortes.de. Gibt es die Unterkategorie Reviews oder ihr gebt einfach ein michikortes.de slash Reviews. Da könnt ihr auch dann nochmal meine... Ähm. Meine... So. Jetzt auch, oder? Ja, und jetzt? Wieso könnt ihr das nicht dran machen? Okay. Wird schon passen dann. Äh. Da könnt ihr dann auch nochmal meine Generalmeinung über, ähm, Stardew Valley angucken. Ein Review über Daisy Standalone wird wahrscheinlich heute auch noch kommen. Also heute ist jetzt gerade der 30.06. Das ist natürlich nicht euer Heute, sondern ihr habt einen Tag später, nehme ich an. Ähm. Ähm. Ja. Schaut euch das an. Ähm. Ich hoffe, euch gefällt, was ihr da lesen könnt. Ähm. Ähm. Oh. Ein Angelkamerad. Hoffentlich nimmt er uns nicht die Purchase weg. Ja. Und ich werde auf jeden Fall öfter auch noch Reviews schreiben. Und freue mich da drauf. Macht mir auf jeden Fall viel Spaß. Wollte ich nur kurz ganz am Rande anmerken. Neben dem Like, das du mir bitte da lässt. So. Jetzt habe ich aber für heute absolut genug gebettelt. So. Okay. Okay. Aha. Was könnte das hier sein? Ach du Scheiße. Das ist keine Patsch. Kann ich das hier werfen? Nö. Na gut. Aber hier Frischwasser. Ich muss mal einen Schluck trinken. So. Aber Frischwasser ist das ja auf jeden Fall. Und wir wollen ja unsere Abigail glücklich machen. Wow. Echt großartig. Ist das hier wirklich Frischwasser? Warte mal. Ja, nimm mal. Doch. Da ist Frischwasser. Na gut. Oder wir gehen... Warte. Wir gehen mal kurz zum See rüber. Ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht ein bisschen besser geht. Weil das eben auch keine Connection zum Meer hat. Also vielleicht haben wir hier mehr Glück. Und können dann der Abigail bald ihren Perch bringen. Ja. Ein bisschen soziale Kontakte pflegen. Und vor allem mit der Frau, die wir über alles lieben und die wir heiraten werden. Dann kann ich einfach nicht anders. Ich bin da so. So. Oh, ich bin heute gut im Angeln. Merke ich schon. Ach, scheiße. Ich habe auch die falsche Angel dabei. Na großartig. Das ist ein Perch übrigens. Wunderbar. Gut. Dann bringe ich erstmal diese Kartoffel-Angel wieder zurück. Weiß gar nicht, wieso ich die mitgenommen habe. Wollte ich eigentlich nicht unbedingt. Okay. Aber egal. So. Dann bringen wir die Angel schnell zurück. Müssen wir mal ein Stückchen hier rüber. Und dann gehen wir noch kurz zur Abigail. Und dann freut die sich. Und ich glaube, dann haben wir es auch endlich geschafft. Und haben alle Sterne... Hier sind die Tools. Wo sind wir... Ach, die hängt noch da drüben. Scheiße. Naja, gut. Die ist hier drin, ne? Was? Ähm, ja. Gott sei Dank. So. Das können wir hier reinpacken. Ja, Green Algae. Brauche ich auch nicht. Und das. Ach. Mensch. Ja. Okay. Ja, ergibt Sinn. Pass auf, den lege ich mir dann mal noch hoch. Und der gehört da gar nicht. Ja. Der Müll gehört da natürlich auch nicht rein. So. Das ist ja dann für das Gemeindehaus, ne? Zack, zack, zack. Und das ist der Perch. Wunderbar. Auf geht's zur Abigail, ihr Lieben. Und das ist ja dann für das, was die uns jetzt als Dankeschön zu bieten hat. Bürgermeister. Okay. Jeder schaut am Wochenende ein bisschen glücklicher aus. Ja, das macht Sinn. Das ist klar. Sei sehr willkommen. Ich wohne hier fast. Wo ist meine Frau? Ist sie hier unten? Nö. In der Küche? Hä? Abigail. Gehst du mir fremd? Gehst du mir fremd? Sie nicht hier dran? Liegt die im Bett? Was? Wo sind die jetzt? Ach, wir haben schon drei Uhr nachmittags. Tja, aber wo ist sie um die Uhrzeit? Sind die nicht alle am Wochenende hinten in der Bibliothek? Bööö. Ich weiß es nicht. Und den Saftladen da oben, den verleugne ich immer noch. Dann werde ich nicht reingehen. Nein, nein, nein. Wir unterstützen die örtliche Landwirtschaft. Also hier steht Elliot, aber den will ich so gar nicht. Ach du Scheiße. Ist hier noch viel zum Wiffeln. Oh mein Gott. Wow. Okay. Also mich hat hier der Schlag getroffen, aber mehr ist nicht passiert. Großartig. Hier ist nichts mehr. Ja, dann weiß ich auch nicht, wo die Gute ist. Dann müssen wir wohl oder übel auf sie warten. Okay, also wenn die lokale Fischerszene ein bisschen lebensfroher wäre, also wenn da mehr los wäre, dann könnte er sich auch vorstellen, seinen Shoppen ein bisschen expandieren zu lassen. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Aber ja, so Fischen, das ist halt nicht jedermanns Sache. Ich weiß nicht, wie steht ihr da dazu? Ähm, ich glaube, ich fände das ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Und außerdem, ja, weißt du, ich habe da halt noch ein anderes Problem, ne? Ich töte definitiv keine Tiere. Also ich esse sie, weil ich muss, aber nicht, es ist so selber, nee. Könnte ich nicht. Oder auch ein Tier essen, das, äh, ja, das ich kannte oder so, ne? Und wenn, wenn es nur eine Kuh ist. Aber was heißt doch wieder nur eine Kuh? Na, ihr wisst ja, was ich meine. Ich könnte, ich könnte das nicht, nein. Nein, möchte ich nicht. Ist halt alles ein bisschen schwierig, ne? Naja. So. Jedenfalls trage ich hier jetzt mal einen Fisch spazieren. Und da ist die Marnie. Hallo Marnie. So. Und jetzt Abigail. Where are you? Are you at home? Please? Ach, er ist ab hier. Gut. Ich brauche euch nicht. Abigail. Yes. Bitteschön. Haha. Perfekt. Hier ist deine Belohnung, Miche. Äh. Erzähl nichts meinem Vater. Du gibst mir jetzt aber nicht Geld. Ach, hör doch auf. Scheiße. Äh. Da hätte ich, ich hätte lieber so ein verkacktes Herz genommen. Oder dass du wenigstens nochmal einen Kuchen nimmst oder so. Na gut. Okay. Aber ist nicht so tragisch. Hat sie happy gemacht. Und ich denke mal, morgen können wir dann auch hier das zehnte Herz verbuchen. Und warten dann nur noch auf den Old Mariner. Mariner. Ach, was weiß ich. Ich weiß nie, wie man das ausspricht. Ausspricht. Ja. Oh, schön. Okay. Ich behalte mal hier von nichts. Die findet man so oft. Also selbst sollten wir die mal in 3500 Jahren für, äh, Dingens hier, für das Community Center brauchen. Ganz ehrlich. Dann hole ich wieder welche. Das ist mir völlig schnurz. Die liegen nämlich Sommer wie Winter da rum. Und so haben wir ein bisschen Nebenverdienst. Yeah. Top Secret. Absolut geheim. Hier ist das Rezept für meinen fabulösen Blaubeeren-Kuchen-Torte-Tarte. Ja. Aber erzähl es niemandem. Ich gebe es dir, weil ich denke, dass du einfach ein super Freund bist. Pierre. Danke. Nochmal Post. Was? Hallo. Wie geht's dir? Ich hoffe, du, ähm, dir gefällt das Geschenk, das ich dir geschickt habe. Naja. Tschüss. Ja, toll. Können wir selber produzieren. Kannst du behalten. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.